Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, la und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute will ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, das wir uns als Inji herstellen können, jetzt im Patch 10.1 und zwar haben wir hier einmal den Stockentenmörser und den kann sich ein Ingenieur herstellen. Ihr seht, hier habe ich mir einmal schon mit meinem Inji das Rezept besorgt. Falls ihr das auch machen wollt, ihr könnt das Ganze euch in Loam kaufen und zwar könnt ihr über dieses Trade Game so ein Item kaufen und mit diesem Item könnt ihr dann wiederum beim Inji-Händler in Loam das umtauschen und dann könnt ihr das Teil craften. Wenn ihr kein Inji habt oder jetzt nicht mit dem Trade Game anfangen möchtet, dann könnt ihr euch einfach das Teil auch von eurem Inji des Vertrauens herstellen lassen oder das Ding sogar im Auktionshaus kaufen. Kann man sich da holen, bei mir kostet das gerade so um die 26 kmh und die Herstellkosten sind relativ gering, das sind die 0815 Inji Materialien, so 2000 sind das aktuell. Ich habe mir jetzt auch gerade ein paar hergestellt, werde die jetzt mal ins AHA setzen, vielleicht kann man da sogar auch ein bisschen Gewinn noch mitmachen. Gut, soviel zu dem Toy, wo ihr das herkriegt, dann würde ich sagen, lernen wir das einmal und schauen mal an, was das Schickes macht. Da schalten wir jetzt hier mal um, also Stockentenmörser und das macht folgendes, schlägt einen Freund oder Gegner mit eurer quietschigsten Gummiente auf den Kopf. Okay, dann suchen wir uns irgendeinen Typen aus, den hier, der muss jetzt dran glauben. Zu nah, okay, das muss ich anscheinend weiter weg. Ah, wir packen den Gewehr aus und schießen tatsächlich eine Gummiente. Witzig. Also man hat es jetzt fast nicht gesehen, weil es ziemlich klein war, aber man schießt da tatsächlich mit so einer Gummiente mit so einem Gewehr auf jemanden. Also es ist eine witzige kleine Geschichte, aber ja, wie die meisten Toy ist es halt nicht sonderlich nützlich, aber für die Collection ist es dementsprechend wieder eins mehr. Und ja, das war es eigentlich soweit. Schaut einfach, wenn ihr kein Inji habt im AHA, da könnt ihr es, denke ich, mal günstig kaufen oder euch von jemandem craften lassen. Und wenn ihr, wie gesagt, das Rezept haben wollt, dann ist das hier einmal unten in Loam. Haben wir ja hier bei diesen Kollegen mit dem Tauschsystem die Möglichkeit, dass wir ein Item kaufen können. Und mit dem können wir hier das bei dem Inji-Händler einfach umtauschen und kriegen das Rezept. Das steht aber auch dabei, wo ihr das kriegt. Genau, gut, dann sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Toy Guard. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.